Oh, was machen wir denn jetzt hier? Ich, äh, hallo! Hallo! Ich mache jetzt auch ein Paket von meiner Schwester aus Berlin und die Ware von zu Hause. Zu Hause? Ja. In Berlin zu Hause oder wie oder was? In Philippinen, im Urwald. Vom Urwald, okay, schön. Und ich mache langsam, weil die hat extra Mülle gegeben. Und das, das sind Souvenirs von den Philippinen. Ja, alles drüben dran. Okay. Ich bin gespannt, was das alles drin ist. Das ist schön. Da sind wir natürlich auch alle gespannt. Bitte haben Sie etwas Geduld. Geduld haben wir immer, ohne Hände so zu sein. Oh! Ein Handtuch. Ja, schön. Oh, was ist das? Panyo A. Panyo A. Okay. Schön. Panyo A. Schön. Ah! Bahn! Das ist von der Eileen aus Kanada. Ach, Kanada. Oh, wie schön. Oh, Kanadien. Made in Kanada. Okay. Kinein, danke schön. Danke, danke. Oh, wie schön. Was noch haben wir noch? Ich bin überfordert, Kanada. Ja, das ist ja auch so viel Zeugs. Oh, Panyo A. Panyo A. Schon wieder. Jetzt haben wir zweimal Panyo A. Okay. Unglaublich. Oh, Panyo A. Noch mal Panyo A. Das scheint also sehr bekannt zu sein. Interesting sozusagen. Ah, warte. Oh, nicht so laut. Entschuldigung, aber meine Ecke. Noch mal von der Eileen. Ja, Eileen ist die Eileen. Die Eileen aus Kanada. Und das ist Tommy Hilfiger. Oh, ist das ja deine Lieblingsmarke. Das ist ja nice. Salamat bu, eh. Das war noch nicht alles. Weiter geht's. Oh. Das ist nice. Das reicht mir auch. Meine Fresse könnte man da sagen. Das ist ja Weihnachten und Ostern zusammen. Oh, oh, noch mal. Oh, Panyo A. Der Bestseller. Also jetzt haben wir viermal Panyo A. Okay. Oder? Oh, da war es. Incredible. Oh, I like the love. Incredible. Okay, weiter geht's. Oh, was ist das? Oh. Das ist... Süßes Kalki. Was zum Essen? Süßes Kalki. Okay. Süßes Kalki. Oh. Dann geht Salamat bu. Oh, das ist super lecker. Super lecker. Was ist denn das? Moment, wir gehen da mal näher ran. Zeig mal. Das ist... Zeigen. Ah, okay. Pinyo irgendwas. Das ist... Wagoum. Ach so, genau. Ja, das habe ich gemeint. Bin nur nicht drauf gekommen. Zeig mal Wagoum. Wagoum. Eine für die Emily. Einmal für mich. Oh. Der Onkel braucht man nicht. Der Onkel kriegt nichts. Und was ist das? Oh, das ist schwer. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Das sieht ja aus wie Öl oder sowas. Das... Ach. Ah, das ist... Keine Ahnung, wo was das ist. Ach, genau. Das habe ich auch mir gerade gedacht. Schön. Wasseräul. Schön. Was noch? Nüsschen habe ich da gesehen. Was war das eben? Keine Nüsse? Nee. Okay. Das ist... Ah, das ist nice. Guck mal. Ach, guck dir das an. Das ist meine... Echter Schmuck. Modeschmuck. Wow. Das ist... Original aus Manila. Von Tante Arlene. Ach, von der Tante Arlene. Guck an. Das hat sie alles eingekauft. Oh, schön. Nice. Das ist nice. Du bist ja wieder gut versorgt. Oh, das ist aber zu klein. Oh. Ich bin ja halt ein bisschen dick. Oh, das passt nicht. Das passt nicht. Ja, was macht man jetzt damit, verdammt nochmal? Das ist natürlich schade. Vielleicht... Ah, das geht ja doch auf. Ah, das passt doch. Okay, man kann es aufmachen. Ja, ich muss immer mal gucken. Also, es passt doch. Wir müssen uns hier korrigieren. Sehr gut. Und das ist alles so schön. Oh, guck mal hier. Guck mal da. Incredible. Hätte ich Aileen auch geben können. Oh, die Aileen kriegt nichts. Oh, oder die Mimi. Oh, oi, oi. Guck mal da. Guck mal da. Oder die Jenny. Das kannst du hoch bis zum Hals ziehen. Oder die Gema. Ja, schön. Guck mal da. Oh, guck mal. Alles nice. Wonderful. Wonderful. Incredible. Thank you. Sag mal Dankeschön. Dankeschön für alles. Tante Arlene. Ui. Nein. Aileen. Dankeschön für alles. Und von wem sind die... Salamat Bo. Ja, genau. Salamat Bo. Salamat Bo. Ui. Alles nice. Ango ganda. Schön. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Und die von diese vier, die Bestseller, hier diese wundertvollen, diese Tücher. Von wem sind die denn? Das ist äh... Danke Arlene. Ah, auch. Ja, schön. Very nice. Nice, nice, nice. Die Wälde gefahren. Schön. Das ist mein Halsstuch. Oh ja. Ganz toll. Ganz. Very nice. Und das Kno. Und das Kno. Ah ja. Spitze. Klasse. Okay. Dann haben wir alles. Von wem ist das Öl, dieses Flüssige? Das wissen wir jetzt nicht. Wir wissen auch gar nicht, was da drin ist. Also, das ist, das müssen wir noch rauskriegen. Ja. Was das ist. Also hoffentlich kein Benzin oder sowas. Aber es sieht eher wie Öl aus, würde ich mal sagen. So, ja. Ja. Und dann sagen wir natürlich vielen Dank an die Tante Marisa für das Paket, dass sie uns das geschickt hat. Und der Onkel Thorsten. Und der Manuel. Und wer da alles beteiligt war, wir bedanken uns. Dankeschön. Das reicht uns jetzt aber auch nur für 14 Tage ungefähr. Und dann. Dann brauchen wir Nachschub, gell? Ja. Ja, dann sagen wir danke. Oh, oh, da ist noch was drin. Guck mal, das ist für dich. Oh, jetzt hätten wir jetzt beinahe unterschlagen. Das ist für dich. Für mich? Eiling. Oh. Ein, 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 Gass, Pop Money für dich. Für mich, ja, herrlich. Endlich mal, habe ich auch mal was. Geschenk. Ja, genau. Danke, Fad. Danke und, ja, sind wir jetzt fertig hier. Ja, danke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.